Willkommen, Sportsfreunde, bei einem kleinen Infovideo zu FIFA 14 Ultimate Team. Ich habe ja jetzt das Let's Play aufgehört und mache jetzt Karrieremodus und das war gerade mein Handy. Und da habe ich jetzt vor einem Tag von jemandem, der einen sehr schönen Vornamen hat, wie ich finde, und zwar Manuel, eine Nachricht bekommen, wo er drin stand oder wo er gefragt hat, was ist denn nun mit dem Turnier? Ja, weil du ja jetzt mit dem Ultimate Team aufhörst und ich höre mit dem Let's Play auf, aber so bei Manu spielt oder so zwischendurch, privater, werde ich vielleicht schon nochmal spielen. Also ich werde meine Mannschaften ja schon behalten, außer die, die ihr hier gerade seht, die kommt natürlich weg. Die versteigere ich ja sozusagen bei dem Turnier und wie das Turnier ablaufen wird, erzähle ich euch jetzt nämlich mal. Ich muss erstmal hier eben, das da brauche ich, so, vier Spieler brauche ich nämlich, das wollt ihr eigentlich gar nicht mit dem Fenster haben. Vier Spieler, einfach in die Kommentare schreiben, euren PS3-Namen und dass ihr überhaupt mitmachen wollt. Wie das Ganze ablaufen wird, erzähle ich dann gleich. Und natürlich gibt es auch ein paar Voraussetzungen, und zwar müsst ihr eine PS3 haben mit FIFA 14 Ultimate Team und ihr müsst am Samstag, den 1. Februar 2014, um 16 Uhr Zeit haben. Das Ganze wird auch live übertragen auf Twitch.tv, also ich streame live und nehme es dann auch auf. Wenn ihr wollt, auch gerne über TS, könnt ihr dann mit mir reden. Da würde ich dann den Gewinnern halt unsere TS-ID geben und dann reden wir dabei auch noch. Ja, so wird das dann ablaufen. Noch was, genau, wie es ablaufen wird. Da habe ich mal eben hier was vorbereitet. Das ist der Uploadplan da eben. So, ähm, da es bei dem Turnier irgendwie nicht ganz aufging, nach einem normalen Verfahren, also hatte ich auch eben gemacht, das ging halt nicht, weil ich weiß ja nicht, ähm, vielleicht verliere ich ja gegen alle und dann müssen die gegeneinander spielen, um weiterzukommen, aber dann weiß ich ja nicht, ob die wirklich gewonnen haben und sowas und deswegen machen wir das anders. Äh, ich spiele einmal gegen jeden und wer am höchsten gegen mich gewinnt, der wird dann natürlich Erster und gewinnt all diese Leute hier. Die Ganzen gewinnt er dann. Ja, also nur der erste Platz, ups, nur der erste Platz gewinnt dann diese alle hier, überlege ich gerade, entweder der erste alle hier oder der erste, die Startelf und der zweite, der hier damit, ja, ich glaube, so mache ich das. Also der erste, der erste Platz bekommt diese Leute hier, die hier in der Formation stehen und der zweite Platz bekommt hier die Auswechselbank. Ich glaube, da muss ich gleich nochmal eben was dazu tun, ich gucke mal eben, habe ich noch irgendwen, wenn ich dazu tun kann? Ähm, die brauche ich alle, ich gucke mal ein bisschen weiter hinten eben, Aubameyang, Shirley, Sanja, schade, die brauche ich irgendwie alle. Äh, Bänder brauche ich, glaube ich, eigentlich gar nicht. Kommt da eigentlich auch nochmal Bänder mit hinzu? Ich gucke mal ganz kurz, also in der Deutschen war ja eigentlich nicht, ja, ups, das war nicht Deutsche. Ne, okay, hier ist Bänder nicht, also dann kommt Bänder noch mit da hinzu. Zack. Äh, ja, so, und dann muss ich immer kurz wieder zurück da hin. So, ich spiele jetzt hier gegen, gegen den ersten und da gewinne ich, ne? Also ist dann der schon mal sozusagen raus, weil er verloren hat gegen mich, so. Und dann gegen den nächsten verliere ich 1, 1 zu 3. So, das ist eine Toreferenz von, von zwei Toren. So, das merke ich mir dann halt, das schreibe ich dann auf. Und dann kommt der nächste Gegner. So, gegen den verliere ich 0 zu 2, sind auch wieder zwei Tore, ja? So, das behalten wir erstmal kurz im Hinterkopf. Dann spiele ich gegen den letzten, also gegen, gegen den vierten Mitspieler. Und gegen den, äh, gewinne ich, äh, Quatsch, verliere ich dann 0 zu 3. So, dann wäre er jetzt halt schon mal Erster. So, er wäre schon mal Erster. Er hat in der ersten Runde am höchsten gegen mich gewonnen. So, nun haben wir aber noch diese zwei, die ja beide mit, mit zwei Toren Unterschied zu mir gewonnen haben. Und da machen wir es einfach so, ich spiele nochmal gegen die beide. Ich spiele erst wieder gegen den, dann wieder gegen den. Und dann, wer dann da wieder am höchsten gegen mich gewinnt, der wird dann halt Platz 2. Und der erste bekommt dann eben die Start-11 hier. Und der zweite Platz bekommt dann hier die Auswechselbank. Ich glaube, soweit ist dazu alles gesagt. Wenn Fragen sind, auch einfach jetzt einfach die, äh, unten eingeblendete Facebook-Adresse mal eingeben und uns auf Facebook liken. Da erfahrt ihr alles über Ausfälle, über irgendwelche Veränderungen des Turniers. Äh, ob ich noch jemanden suche, der mitspielen möchte. Oder wenn einer weg, wenn einer nicht mehr mitspielen möchte oder sonst irgendwas. Äh, also alles, was irgendwie mit unserem Channel zu tun hat, findet ihr eigentlich auf der Facebook-Seite. Da werdet ihr dann benachrichtigt. Also dann einfach mal halt liken und dann seht ihr alles schon. Soweit war das alles bei Fragen. Wie gesagt, als Kommentar oder bei, oder als Privatnachricht bei YouTube oder bei Facebook oder per Rauchzeichen. Ich weiß es nicht. Vielen Dank fürs Zugucken und dann sehen wir uns nächsten Samstag. Ähm, und alles weitere findet ihr sonst auch nochmal in der Beschreibung. Wenn ich zu undeutlich geredet habe oder zu verwirrend, dann auch nochmal in der Beschreibung. Jetzt vielen fürs Zugucken oder auch fürs Zuhören und dann bis Samstag. Tschüss.